Seit mehr als 90 Jahren steht Windhager für hochwertige Heiztechnik. Egal ob Pellets, Holz, Solarenergie oder fossile Brennstoffe. Das Salzburger Traditionsunternehmen bietet innovative Heizlösungen für jeden Brennstoff. Die Erfolgsgeschichte begann 1921 mit Anton Windhager. Die große Nachfrage nach seinen Öfen ließ das Unternehmen stetig wachsen. 1969 übernahm Werner Windhager den Familienbetrieb. Er führte ihn zu europaweiten Erfolgen. Ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte des Unternehmens war die Entwicklung des ersten Pellets Kessels. Er kam so gut an, dass Windhager 2003 eine der größten und innovativsten Fertigungsstraßen Europas in Betrieb nahm. Windhager sorgt seit jeher für Heizungsinnovationen. Zum Beispiel mit dem ersten vollautomatischen Pellets Kessel für den Wohnraum. Oder dem Pellets Kessel VarioWin XS, der dank Mikrobrenner-Technologie die weltweit kleinste Leistung bereitstellen kann. Windhager entwickelt und produziert heute in Seekirchen hochwertige Pellets und Holz-Zentralheizungskessel. Heizlösungen für fossile Brennstoffe und Solarenergie sowie Behälter runden das Angebot ab. Windhager hat sich zu einem der bedeutendsten Heizkesselhersteller Europas entwickelt und beschäftigt rund 500 Mitarbeiter. Das Unternehmen hat Niederlassungen in Deutschland, Frankreich und in der Schweiz und verfügt über ein europaweites Partnernetzwerk. Seine Exportquote liegt bei über 50 Prozent. Der Vertrieb über die auf Windhager spezialisierten Kompetenz-Partner-Installateure ist eine tragende Säule der Unternehmensphilosophie. Die Mitarbeiter in der Produktentwicklung sind mit ihren innovativen Lösungen anderen immer eine Idee voraus. In der Fertigung werden pro Tag rund 25 Tonnen Kessel- und Edelstahlbleche verarbeitet. Mit Lasern werden sie präzise geschnitten, gestanzt und gebogen. Produziert wird ausschließlich in Österreich. Windhager setzt auf Nachhaltigkeit und ist ein zertifizierter Klimabündnisbetrieb. Deshalb hat sich das österreichische Unternehmen auf das Herstellen von umweltfreundlichen Pellets und Holzheizungen spezialisiert. Viele Spezialwerkzeuge stellt das Unternehmen selbst her. Die bearbeiteten Bleche werden zusammengeheftet, von einem Roboter geschweißt und von TÜV-geprüften Schweissern fertig verarbeitet. Strenge Qualitätskontrollen nach jedem Arbeitsschritt garantieren zuverlässige Premiumqualität mit einem großen Plus an Sicherheit. Auch die meisten elektrischen Komponenten werden am Stammsitz in Salzburg gefertigt, geprüft und eingebaut. Von Anfang an setzte das Unternehmen bei seinen Produkten auf Premiumqualität. Dieses Engagement wurde mit zahlreichen Auszeichnungen belohnt. Das Fertigwarenlager bietet Platz für 4000 Produkte. Pro Woche verlassen durchschnittlich 1000 Pakete das Lager. Windhager ist kompetente Beratung besonders wichtig. Wer sich für ein Produkt des Traditionsunternehmens interessiert, wird fachkundig beraten. Damit stellt Windhager sicher, dass jeder Kunde eine maßgeschneiderte Heizlösung bekommt. Windhager-Heizungen sorgen heute in ganz Europa sowie in Nord- und Südamerika für ein gemütlich warmes Zuhause. Windhager. Wärme mit Zukunft.